Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Be Dugendang Hallo Das war mein Bruder So und ich schau jetzt dass ich da wieder zurück finde Oh man Und ähm Bitte sammle jetzt ein paar äh schwarze Eichen Weil ich... ich kann... ich hab mich jetzt voll gefeiert Ich hab grad selber keinen Plan Wie ich dir wieder rauskomme soll Ein Kürbis Baahmen Geh ich hab' i Uh Tschüss Na die Friste sind Das nächste Mal gehe ich hier nicht mehr hin Wenn ich keine Essen dabei habe Also... jetzt gehe ich wieder hoch Also... Ich hoffe Ich laufe in die richtige Richtung zurück Sonst sagen wir mal Koordinaten Wieso Ich laufe mir schon wieder zurück, ne Okay Hier beim Pferd Ja warte ich hab'n Sattel No Ich glaube ich weiß wo du ungefähr bist, weil ich weiß wo Fertig aufnommen Teile wieder vergessen aber zu Werden kommen doch schnell her Ja ich hab' hier schon Pferd Ich versuchte Ich versuchte das schnell zu 10 für dich und dann ja Okay Aber ich glaube ich bin jetzt wieder zu weit gelaufen Alter ich glaube ich hab' mich voll verirrt, ne Und ich hab' nichts zu essen Oh man Oh man Jetzt hilft es mir nicht wieder ab So Ich komm' Ich komm' Ich hab' keine Ahnung wo ich bin, ne Oh man das Pferd ist gestorben Ach Ach hier ist nochmal eins Oh man ey Wo bist du Ja ich hab' keine Ahnung Also ich bin wieder zu hoch gesehen Ja ich 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 hoffe jetzt lauf' ich in die richtige Richtung Ich Äh ich fahre hier noch ein bisschen essen Mit dem Mit dem Mit dem Pferd ist auch im Stall Okay Deins ist halt das ohne Rüstung Ja ja Aber wir müssen doch noch Rüstung haben, ne Ja ja ich weiß Im Netter haben wir Ich hab' ich schon mal gefunden Sie die einen die Goldrüstung Das was Das was Auseinanderhalten können So Das heißt jetzt die Goldrüstung an Du kannst ihm auch noch einen Namen geben Ich hab' Namen Schild dabei Ja So warte dann jemand Spitzkirch Hier sind die Zertulie Lebendeste Prozent war die dumm ist viel ich hätte auch wir haben nicht schon ziemlich viel Schließpulver wie viel denn erhalt ziemlich viel aber halt auch wenig 8 18 woher ich nicht so wenig er musste wahrscheinlich noch was haben immer mal deine Koordinaten bitte das ist wenn ich hier nicht mehr zurück also bei X minus 43 und bei 43 Wartemann ich sag dir jetzt nicht ganz genau aber als ungefähr und m z 3 338 so ungefähr 338 3 so ich hab vergessen holz zu die Mutter musik wird erst dass sie wird da verringert sich diese richtung jetzt bräuchte ich selber holz holz ja aber sammeln auch schwarz schwarz ja sammeln trotzdem schnell dass wir das fertig machen können ach so genau ich bin so doof das ist ja das ist hier unten okay hier schaut sie ja ich bin zuhause ich weiß gar nicht wo ist wo ich jetzt lang gelaufen bin ich kann die Zeigungen ich kann die Zeigungen gehen mal hier rauf und schau mir das mal an also die denn Pferdistan Junimo das ist das nicht zufällig essen nun mal ein bisschen geben ihr das mal bitte Niemann doch wir sind sonst muss ich wieder vor dass das Fleisch ist okay ja warte ich gebe dir was zu spät ist ja ich gebe den Ort normales ja danke also dein Pferd ist da drin das mit der voll goldenen Rüstung thank you very much so ich gehe ins Nether ne warte ich genau das nicht meine Rüstung doch ne halbe halt ich hab drei Viertel Rüstung so ähm hast du Schwarz Eichen gesammelt nein oder schau mal ob in der Kiste da drüben noch welches ist und dann können wir ja gleich äh die Nether machen das ja die anderen Netter Portale ja aber wenn du woanders hin willst dann musst du die im Netter drinsetzt das wäre gar nicht um da das ist es geht der nur eigentlich darum das ist äh schön ausschauen ich geb glaubt ja ich bin ich bin ich bin muss wieder zurücklaufen hier haben wir auch keins hier wäre noch eine Eisenpferder Rüstung ja ich hab deine Schulden Gold aufgesetzt das ist ein bisschen wie ich sie sehen ich bin ich ja nee habe ich ja gesagt auch weil ich dann wieder zurücklaufen muss nehmen müssen wir auch schon ein bisschen äh ja wir haben wir nachher so wenn wir das hier so machen geh jetzt schlafen schlimm das denn so geh schlafen jetzt halt mal die Schnauze vor dir liegt im Bett wird 6 an einem Weg macht ja auch die St. Peter heute zum 50 Betten 4 so im Prinzip kommt es dann hierhin das wollen wir nicht äh 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 ja eigentlich ist es nicht so schulden schutzgleich aus nur er müssen wir schauen ah das gleich hä wenn du das da gemacht bitte ja jetzt ist es ja gar was auf der anderen Seite gleich dann sieht es ungefähr gleich aus das passt schon nehm ich das passt schon jetzt mach einfach es gibt mal eine Ruhe du Peer weiter ich bin hier der Boss ne mein PC nimmt auf nicht deiner ui lässig lässig so aber das stört mich trotzdem ein bisschen hier egal ist ja ok es geht eigentlich schon ich geh mal kurz ins netter ja schau mal schau mal wo man da hinkommt und das 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 ist vorne in einem netter im gleichen ja das aber eigentlich ist es ja egal ne wir kommen aus dem hier wieder raus ich check's nicht ach man so fehl die 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 stellten hier oder halt die Dinger sollten dass du vielleicht bis ganz nach unten machen ne das sieht man nicht so gut ja trotzdem einmal zumindestens eh hier ganz am Ufer ne nachher ja später dann tu nochmal ob man ich bin immer noch ist ich habe schnell was in den Ofen warte ich müsste irgendwo noch müsste ich gerade Dinge eingetan haben doch bin so doof ich gehe auf jeden Fall nach ein paar Hühnerklatschen ja hier sind 17 Hühner 17 Hühner drin das Obsidian lasse ich da nehm ich auf jeden Fall mit so und wenn wir ins Leder gehen wenn wir ins Leder gehen nimm das Obsidian mit dann können wir im Netter Portale machen ja das können wir noch dann sporen wir wollen das ich höre gerade meinen meinen Stiefvater ist am Rasenmähen ich weiß nicht ob man das hört falls man das hört tut es mir natürlich leid aber ich kann ihnen jetzt nicht vom Traktor schubsen und sagen aufhören das tut man nicht vielleicht so und ich brauche jetzt langsam auch wieder essen ja ich habe schon mal ein wenig aus dem Ofen genommen oh man jetzt habe ich Schluck auf ja da mute dich nein so ich muss doch reden scheißen so ich mache das gerade noch ein bisschen voller Boden dann 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 ja also müssen wir wirklich bald mal wieder in den nether weil dann haben wir ein bisschen action so wie letztes mal neunte folge war das glaube ich das war schon lässig nur mich dann wieder mir ist aufgefallen dass es ziemlich dunkel war die helligkeit habe ich eh auf hell also das normal ein bisschen umgestellt weil das war vorne ganz auf hell ich hoffe man sieht in der nächsten folge halt oder beziehungsweise in dieser folge wo wir dann in den nether gehen sieht man dann ein bisschen mehr es tut mir so oder so leid also teilweise ich schaue mir teilweise die folgen nach nach dem raufladen auf youtube schaue mir sie dann selber noch mal an und da sind wirklich teilweise folgen sie wirklich dunkelmals man sieht kaum was oder sie sind man sieht gar nix und um ja das ich schon schon ein bisschen blöde es tut mir natürlich von Herzen leid und so aber wir brauchen wir noch ziemlich viel und so noch ein bisschen schwarzeichen hier bitte schön also ich habe schon mal ein wenig ein bisschen mehr als ins Deck okay was ich hab den Baum jedoch fertig und dann ich auch auf hier und wir müssen die Folge werden nicht glaube wir sind schon zu viel zu viel zu äh weiter ja viel zu lange auf der Aufnahme also ciao Leute ciao